Hier haben wir unser Ultraschallgerät, das besteht aus dem Hauptbildschirm, wo man den Ultraschall sieht, aus einem Touchscreen, wo man kontextbezogen was auswählen kann. Der hat auch unten noch Drehknöpfe und WIP-Schalter. Links oben hat man die Verwaltungstasten, links unten Tastatur und rechts unten ist das Hauptbedienfeld mit dem Trackball und dem Freeze-Knopf und den verschiedenen Modi, die man einstellen kann. Wenn man jetzt im PC die Patientin an die Arbeitsliste, an die Worklist geschickt hat, kann man die im Ultraschallgerät mit dem Knopf, mit dem Menschen drauf suchen, die Patientin. Auf dem Touchscreen drückt man Untersuchung beenden, neue ID, dann kann man die auf der Arbeitsliste suchen und auswählen. Bei Patienteninfo kann man den ET einstellen und bei Anzahl der Föten die zwei einstellen für Gemini. Dann später beim Messen kann man mit dem WIP-Schalter unten am Touchscreen zwischen den beiden Föten hin und her schalten. Wenn man eine andere Sonde auswählen möchte, mit dem Sondenauswahl-Knopf drückt man drauf, auf dem Touchscreen bekommt man die drei Sonden gezeigt. Parallelscanner, der abdominale Sektorscanner und der transvaginale Sektorscanner. Und die haben alle noch verschiedene Presets. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, welche man dann nehmen möchte. Im Hauptbedienfeld unten rechts finden wir den Freeze-Knopf, um das Bild zu stoppen. Mit dem Trackball daneben kann man im Cine-Loop in den Bildern hin und her spulen. Und der Trackball bewegt außerdem noch einen Punkt auf dem Bildschirm. Mit der linken Taste kann man den Punkt setzen und mit der mittleren Taste kann man die Position von einem gesetzten Punkt verändern oder die Größe eines Fensters oder eines Feldes verändern. Über dem Freeze-Knopf befinden sich Drucken- oder Bildtransfertasten. Und in der oberen Knopfreihe findet man verschiedene Drehregler, die auch Knöpfe sind. Und die erkläre ich ganz kurz mal ein Beispiel. Der 2D-Knopf oben rechts ist der normale B-Mode. Immer kurz mal Vitalität kontrollieren beim Filten. Und wenn man an dem dreht, kann man den Gain verändern. Also das Bildsignal verstärken oder abschwächen. Der nächste Knopf ist der C-Knopf. Das ist der Farbdoppler. Zeigt auf uns zufließende oder von uns wegfließende Strömungen an. Auch wenn man daran dreht, kann man die Verstärkung von dem Signal ändern. Über dem Freeze-Knopf befinden sich zwei VIP-Schalter. Der rechte ist die Fokus-Ebene. Und der linke Knopf ist die Zoom-Einstellung. Ganz toll reingezoomt, wieder rausgezoomt. Mit dem Ausschnitt-Knopf kann man Fenster mit dem Trackball verschieben und die Form mit der mittleren Taste verändern und vergrößern. Der PD-Knopf ist ein Power-Doppler. Der ist jetzt untypisch hier gezeigt. Der ist eigentlich geeignet für langsame Flussgeschwindigkeiten. Im M-Mode wird nur ein Kristall von der Sonde benutzt, um einen zeitlichen Verlauf der Veränderungen darzustellen. Hier zum Beispiel kann man mit der Bewegung der Herzklappe im Zeitverlauf die fetale Herzfrequenz berechnen. Der ABC-Knopf ermöglicht Beschriftungen im Bild, frei platzierbar. Der Knopf mit der Hand drauf. Damit kann man Pfeile und Markierungen im Bild anbringen, die auch rotieren, wenn man möchte. Und mit dem Löschen-Knopf kann man alle Markierungen und jeden Text löschen.